Gleich zwei Unfälle unter Alkoholeinfluss registrierte die Korbacher Polizei am Samstagabend innerhalb weniger Stunden. Zunächst verlor gegen 20.30 Uhr ein 34 Jahre alter Mann aus Fellmar bei Sachsenhausen die Kontrolle über diesen BMW. Das Auto kam in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab, geriet in den Graben und überschlug sich. Fahrer und Beifahrer kamen verletzt ins Krankenhaus. Die Sachsenhäuser Feuerwehr rückte aus und sicherte die Unfallstelle ab. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an. Seinen Führerschein musste der 34-Jährige abgeben. Das war bei dem 22 Jahre alten Fahrer dieses Transporters nicht möglich. Der junge Mann verfügt gar nicht über eine Fahrerlaubnis. Der in Korbach wohnende Mitarbeiter einer Handwerkerfirma war gegen Mitternacht mit dem Lieferwagen seines Chefs auf den Kreisel am Nordring gekracht. Nach dem Unfall flüchteten der 22-Jährige und sein Beifahrer zu Fuß. Im Laufe der Nacht ermittelte die Polizei den Fahrer jedoch und ordnete auch bei ihm eine Blutentnahme an. Die Korbacher Feuerwehr rückte aus, streute ausgelaufenes Motoröl ab und unterstützte die Bergungsarbeiten.